Hier präsentieren wir die 5 beste GoPro-Kamera-Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Das High-End-Modell von GoPro hat einen stolzen Preis, so dass sie sicherlich nicht für jeden Einsteiger in Frage kommt. Wer aber auf ein professionelles Modell angewiesen ist und auf hohe Video-Auflösungen so viel Bildratenwert legt, der kommt hier voll auf seine Kosten. 1. Mit dem Modell lassen sich 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Und in Full-HD-Auflösung können bereits Zeitlupen-Videos mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet werden. Nummer 4. Die Hair 5 Session bietet ähnliche Funktionen wie die Hair 5, ist aber extrem kompakt und handlich gebaut. Sie kann per Sprachsteuerung bedient werden, das Gehäuse ist bis zu einer Tiefe von 10 Metern wasserdicht und dank LAN und Bluetooth ist die Konnektivität ebenfalls sehr gut. Das Gerät löst Videos mit 4K-Auflösung bis 30 Bildern pro Sekunde auf und Fotos lassen sich mit 12 Megapixeln schießen. Bei halber 4K-Auflösung können Videos mit 48 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet werden und im Full-HD-Format werden bereits 90 BPS erreicht. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer List Nummer 3. Die Hair 5 besticht durch eine hervorragende Bild- und Videoqualität sowie 4K-Aufnahme-Funktion und Fotos mit bis zu 12 Megapixeln. Dank Sprachsteuerung, hervorragendem Bildstabilisator sowie Tuchscreen und wasserdichtem Gehäuse ist die Ausstattung unterm Strich hervorragend. So dass sich das Modell bereits für professionelle Einsatzbereiche sehr gut eignet. Natürlich sind auch hier Zubehörartikel wie Halterungen und Kabel enthalten, so dass die Einsatzmöglichkeiten vielfältig sind. Im Vergleich zu den kleineren Modellen bietet die Hair 5 zusätzliche Funktionen wie RAW und WDR-Fotos sowie eine Belichtungssteuerung, Stereo-Audio, GPS-Funktion und die bereits erwähnten 4K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde. Nummer 2. Die Hair 4 Silverschließt die Lücke zwischen Einsteigermodell und Profi. Aktion Kamera von GoPro. Sie überzeugt durch eine hervorragende Ausstattung. Solide Verarbeitung und tolle Aufnahmen. Dank integriertem Tuchscreen ist die Bedienung sehr unkompliziert und einfach. Das Unterwassergehäuse sorgt dafür, dass sie Tauchtgänge bis zu einer Tiefe von 40 Metern machen können. Hinsichtlich Video- und Fotoqualität. Überzeugte die Kamera auf ganzer Linie. Die Fotos sind schnell, hochwertig. Und dank verschiedener Modi wie Nachtfotos und Nachtzeitraffer lassen sich großartige Effekte erzielen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Als beste GoPro-Kamera konnte sich die Hair-Aktion Kamera durchsetzen. Es handelt sich dabei um das perfekte Einsteigermodell für den universellen Einsatz. Zwar müssen sie im Vergleich zur Hair 5 der 6 einige Abstriche hinnehmen. Ausstattung, Bildqualität und Bedienkomfort konnten aber dennoch überzeugen, so dass sich unterm Strich ein sehr gutes Preis-Leistungs- Verhältnis ergibt. Die Videoauflösung liegt bei maximal 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde bzw. 720p und 60 Bildern pro Sekunde. 4K-Auflösung bietet das Modell nicht. Fotoschießt die Einsteiger-Gopro mit 5 Megapixeln und natürlich ist im Lieferumfang ein robustes, wasserdichtes Gehäuse enthalten, mit dem sich Tauchgänge bis zu einer Tiefe von 40 Metern realisieren lassen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.